Was für eine Erleichterung, dass sie hier sind. Unser Forschungsteam hat ermittelt, dass sich Amons Truppen via Warp-Verbindung durch den Sektor bewegen. Die Warp-Verbindungen können nicht zerstört werden, die Shuttles dagegen schon. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie über die Warp-Verbindungen entkommen. Verstehst du das? Das müssen wir. Wenn wir den nicht aufhalten, werden wir den ganzen Wald zerstören. Bereiten Sie sich darauf vor, die Shuttles aufzuhalten. Okay. Du musst das verstehen. Nein, was mache ich denn? Ich habe die falsch rum, oder? Habe ich die etwa falsch rum? Stefan, ist das ein interessanter schwarzer Nebel gewesen? Ja, warum? I see what you did there. Ja, ein Desktop. So, das macht man aber nicht. Das gehört sich nicht. Es könnte etwas Wichtiges passieren, wenn du auf einem Desktop bist. Ja. Wir könnten zum Beispiel in der Zeit nicht angegriffen werden. Was? Nochmal? Ich habe gesagt, du könntest sterben und ich kann in der Zeit nicht lachen, weil ich es nicht mitkriege. Hat er nicht gesagt. Doch, du könntest es im Stream klippen und dann so oft lachen, wie du willst. Das stimmt. Irgendwie minimiert. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, hinlegen und schlafen. Oh, das ist nicht der richtige Zeit. Hast du schon wieder ewig gemacht gestern? Eigentlich gar nicht. Nur bis vier. Eigentlich gar nicht. Oder bis fünf. Der Walk hat halt noch seine Zeit gedauert, ne? Du bist der Nightwalker. Für den Daryl Walker rechts bei dir dann. Spass. Das war so witzig. Ha, ha, ha. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Helden nicht da sind, bis die Armee eintrifft. Nein, meine Einheiten auch nicht. Ich baue mal zwei Zerklinge, die halten die Gegner. Ja, zwei. Finde ich gut. Nein, Königin, du wehrst dich nicht, sonst töten die dich. Ich kann mich auch anders wehren. Selbst meine Gebäude liefern einen besseren Kampf als ihr. Der Charakter hat mich schon wieder beleidigt. Ja, weil er mich schon wieder verteidigen muss. Jetzt war ich irgendwie so abgelenkt davon, dass ich in der Zeit nichts gemacht habe. Ich schenke dir. Oh, mach mal da, 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 da. Mit Anophose durchgeführt. Oh je, mach mal. Ich glaube, ich gehe gleich auf Bauhoch, oder? Ich weiß nicht. Was, wo willst du hin? Zum Galeria Kaufhof? Alter, ich glaube, ich gehe gleich zum Kaufhof, was? Was ist dein Problem, ey? Das merkt man leider schon, wie oft ich mich gerade verklicke, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Komm, jetzt irgendein blöder Spruch mit Höhe. Die Zukunft, unsere Basis anzugreifen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Okay. Was willst du? Kerrigan ist so unhöflich. Du klickst sie an und sie sagt, Marth, hilfst du? Ja, das würde ich auch machen. Unhöflich zu mir sein. Ja. Warum? Was Spaß an der Freude? Verstehe ich nicht. Wie buchstabiert man das? Mir egal, ich schicke jetzt da rauf. Was tust du? Die Gegner hier hochgeschoben. Ich habe es nicht gewählt, mach es nochmal. Nein. Wir sind auch nicht. Buckab. Bist du jetzt schon wieder so? Ich habe kein Bock. Halt. Ich bin hydralisken, aber ich kann nicht. Das ist die Strafe. Für was? Jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Okay. Aber es wird schon die Strafe sein. Besonders der zentralen Warp-Verbindung näher. Jo, erstmal nächstes Spawn. Zeugt automatisch Griecher, der in der Nähe befindet sich jetzt sechs. Wenn ich so recht bedenke, habe ich gerade nur Kerrigan, die die Luft angreifen kann. Das ist ungut. Aber egal. Wer schön sein will, muss leiden, mein Kind. Sie greifen an. Mach dich bereit. Ja? Zeit, ein paar Ressourcen zu assimilieren. Meine Suche geht weiter. Naja. Zusammen mit deinen Einheiten werden wir die Lufseinheiten schon hinkriegen. Die Delnagerschreine in der Nähe reagieren auf Armonds Armee. Wenn wir sie erforschen, erhalten wir vielleicht nützliche Informationen. Doch werden wir eine Eskorte brauchen. Die Shuttles sind... Soll ich mich darum kümmern? Feind eliminiert. Unser Forschungsschiff ist bereit. Wir rücken jetzt aus. Dann mach ich das. Wir benötigen mehr Mineralien. Warten auf meine Truppen, dann geht's los. Gerückt hast du dich aber noch lange nicht. Ist nötig schon wieder so. Gerade erst mal auf deine Truppen, aber beruhigst du dich noch lange nicht. Verstehe ich nicht. Mhm. Okay. Warte mal. Achso. Woll. Ich bin so weit gekommen. Ich war gerade massiv verwirrt. Wir haben ihr Hauptziel geortet. Eine Shuttlewelle, die sich auf eine aktive Warp-Verbindung zubewegt. Beeilung! Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind entkommt. Deine Königin hört dir. Es wird nicht genug Mineralien. Verliere keine Zeit. Jetzt bist du ja auch hier. Ja. Fällt dir ein. Ich bin so. 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 Na. Unsere Streitkräfte kämpfen mit dem Fall. Unsere Streitkräfte kämpfen mit dem Fall. Unsere Streitkräfte kämpfen mit dem Fall. Und das geht so. Oh, da greift fast mein, unser Lager Los, tötet Hydralisten, tötet Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Ja Das lief nicht so erfolgreich wie Peter Wir haben es geschafft Es sieht so aus, als ob der Feind sich auf uns zubewegt Dann bereiten wir Ihnen mal einen gebührenden Empfang Die Shuttles wurden vernichtet Keine Gnade, kein Erbarmen So will ich verbrauch der Talgarin Keine Zeit Du wirst den Haltekranz besorgen Und ich bin so nicht geschlossen sein Die wollen die unbedingt, glaube ich Erkläre Aber sie haben die Rechnung ohne Carried Gn gemacht Hahaha Weil die Carried Gn Ohne Carried Gn, weil die Carried Gn, meinst du? Alter, wenn man Witz dir erklärt, dann sind die nicht mehr witzig Was stimmt eigentlich mit dir nicht? Ungültiger Befehl Das ist mein Spruch Ist das mir sowas von egal? Irgendwas stimmt mit dir nicht Das ist auch mein Spruch Nein Doch, äh, was? Und erst recht nicht das nicht Das ist nämlich eine Mischung aus, aus, aus Aus allen Dingen, die so existieren Versteh ich nicht Es war mir klar, dass du das nicht verstehst Versteh ich auch nicht So, ich mach jetzt mal die ganzen Forschungen Und wenn ich die hab Da bin ich geil Eigentlich nett, aber okay Aber Einbildung ist ja auch eine Bildung Alles gut Mehr Overlords werden benötigt Da brauchst du schon wieder Overlords Assimilationsaura ist jetzt bereit Bitte? Das war grad mit deinem Mikro los Äh, wieso, was war mit dem? Keine Ahnung, du warst davon da weg Echt? Mhm Ich sag, ich brauch nur Overlords, Digga Geil, jetzt sind meine Hydralisten natürlich bei dir Plan B Der Fang wird übernütig und versucht, meine Basis zu erobern Hier keine Zeit Wow, wie viele? Was willst du? Was du heute erfüllst du? Ja, das ist eine Shuttle Holst du das? Ich denke dir meine Auflager Das sind kommen Ich mach mal kurz da hinten frei Weil da will das Shuttle manchmal hin Gut, in diesem Fall jetzt tatsächlich nicht Aber manchmal will es das Aufmerksamkeit Metamorphose Unsere Verbündeten Unsere Streitkräfte kämpfen mit dem Feind Ich geh mal wieder rüber Bleib du dann beim Shuttle Und ne Unsere Verbündeten Unsere Sensoren registrieren zwei aktive Warp-Verbindungen Shuttles halten auf beide zu Ich geh da doch wieder hoch Man ist jetzt halt mit mehr Griechertumoren Ich hab zwar vergessen, eine Todeskonsole zu bauen Es tiltet mich gerade, dass ich jetzt die Griechertumore verbreiten muss Um effektiv meinen maximalen Schaden zu machen Das ist nicht unbedingt etwas in diesem Spiel, was ich als Spaß empfinde Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Also die Ich muss halt die Karte manuell zuschleimen Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Ja, schon klar Meine Suche geht weiter Was du heute kannst besorgen Ich bin unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Alter, ich hier Ich komme Jetzt fängt sich wieder an Der Alarak-Dance Fung du ab unten Jo Gut Unsere Verteidigung hat gehalten Ihr habt die Shuttles am Entkommen gehindert Du kannst dem Schwarm nicht entkommen Mal wieder 500 von den Opfern bauen So geht's mir jetzt mit den Overlords Mir reicht's jetzt Erkläre dich Meine Suche geht weiter Die wollen alle in die Mitte, oder? Eine Welle von Shuttles bewegt sich auf eine aktive Wall-Ausse Ich glaube, die wollen alle in die Mitte Ich glaube, das ist die Welle Ja, dann können wir ja kurz warten, bis sie da sind Evolution vollendet Wir brauchen mehr Vespin Gas Ja, dann geh halt raus Jetzt Nein Möchte nicht Ich frage mich gerade, ob das auch mit dem Stukow-Schleim funktioniert Oder ob das der von Kerrigan sein muss Feindliche Streitkräfte im Anmarsch Lass keinen von ihnen am Leben Ein Griecher-Tumor wird angegriffen Nein, jetzt zerstören sie mir die Griecher-Tumore Jetzt hab ich keinen Bock mehr Jetzt hab ich keinen Bock mehr Weil mit dem Stukow-Schleim wäre es wieder OP Weil alle Einheiten sind quasi 35% stärker Von Kerrigan Ich zerstöre das Lager, verteidige du das Shuttle Ich will was Interessantes machen Nicht genug Vespin Gas Ups Nein Geht los Ich brauche mehr Zerklinge Was willst du? Ich bin der Schwach Eine Warp-Verbindung aktiviert Und eine Welle von Shuttles ist auf dem Weg dorthin Da unten geht es weiter Dass sie da hinfliegen wollen, meinst du? Ich tue mal so, als hätte ich den Großteil meiner Armee noch Ne, Spaß bei Seite Easy Frank Kann noch 3-11 abfangen gehen 3-11 Was ist diese Zahl? Ich kann es schon machen, ist kein Problem Aber wenn du sagst, du willst es jetzt machen, dann kannst es auch du machen Und mir ist das wurscht Ich fang halt die ab, die ich jetzt abfangen kann Was willst du? Wo auch immer jetzt diese Armee da schon wieder herkam Ich habe alle meine Einheiten gekillt Das fand ich nicht nett Also meine Mutalisten, die ich eigentlich zur Unterstützung gerufen habe Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit Und die Scans sind abgeschlossen Die Wissenschaft steht tief in ihrer Schuld Ja, ja, gute Arbeit Alles was zählt ist meine Überlegenheit Ich habe den Feind betreut Töte ihn Deine Königin hört dir zu Ich bin der Schwarm Verliere keine Zeit Das Mutterschiff, das Mutterschiff tarnt alles Oh Gott Okay, Rückzug Das war's für meine Armee Plan B Vielleicht hätte ich das Lager nicht angreifen sollen Ich gehe nach rechts und mache die Okay, du bist da hin Passt, passt, passt Habe ich jetzt gerade erst gesehen Die Ovulationsaura Feindliche Streitkräfte im Anmarsch Lass keinen von ihnen am Leben Also wie viele Mutterschiffe Ich habe ein kleines Problem Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben Nein, 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 nein Scheiße Kerrigan ist tot Ich habe Kerrigan gerade Eigentlich wegschicken wollen Aber ich habe sie Wer hat die Links nicht verteidigen können Ja, da schicke ich gerade Einheiten hin Aber ob die reichen Ich bezweifle es Eigentlich sollte Kerrigan nicht sterben Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Ja, passt Hydralisten Main Das ist anscheinend die Wo ich schon die Hälfte davon gekillt habe Oben in der Mitte Weil das war nur ein Mutterschiff jetzt noch Normalerweise sind die ja immer in so Zweier-Dreier-Packs unterwegs Ja, rechts waren es irgendwie fünf oder so Erst kamen zwei, dann kamen nochmal drei Bin Drei Die 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 ев